Hallo und willkommen zurück zu E.O.W. Region, ja, wir sind gerade dabei, unsere Ingeek- Okay, ein wenig weiter zu machen. Ähm, machen wir und schießen hier. Off. Ah, ist das... Ja, schluss. Piu! Sollte doch hier auch Feuerwerk sein. Aha! Ihr nehmt einem kleinen Kind ihr Feuerwerk, das werdet ihr bereuen. Oh, es ist gemein. Oh. Ich bin richtig schlecht. Und wem klauen wir als letztes? Einem Dränei-Kind. Oh. Oh. Das sind meine. Das könnt ihr nicht einfach machen. Oh. Nicht so. Ich hätte das lieber gecraftet wahrscheinlich, als Kinder ihr Feuerzeug wegzunehmen. Feuerzeug? Feuerwerk wegzunehmen. Hm. Ich bin so gemein. Wahrscheinlich, weil es von einem Problem ist. Gemein. Oh. Oh, grünes Feuerwerk. Huch. Haben wir noch einen vergessen, auszurauben? Sache. Das geht doch so nicht. Hat keiner. Gut. Für 50 km h möchte ich das auch nicht verkaufen, weil ich weiß nicht, ob ich die Matrix für so Gold auch noch was habe. Oh. So gemein. Hm. Hello. Wenn ich diese Balken in die Finger bekomme. Die nimmt euch das Feuerwerk ab und arbeitet weiter an ihrer Wirkung. So, das wäre erledigt. Wenn ihr das in einem Bot anbringen könnt ihr das Feuerwerk jederzeit überholt zu explodieren. Dann natürlich mal wunderschön. Also Feuerwerk. Oh. Hä? Achso, hier ist das. Ah ja, genau hier. Grünes Feuerwerk. Rotes Feuerwerk. Blaues Feuerwerk. Müssen wir mal nachgucken. Einem Feuerwerk. Da gab es glaube ich einen extra Menüpunkt, ne? Schnellstoff, Feuerwerk, Geräte, Schlusswort. Feuerwerk. Ähm. Grün. Da war doch gerade grün. Nicht Rauchsignal, wir wollen Feuerwerk. Oh, war das klein? Oh, wo ich das gerade sehe. Wo ich gerade den Himmelsgolem da sehe. Haben wir hier keinen Amboss? Willst du mich hier verarschen? Alter Schwede. Was ist denn das für eine Schnüre hier? Wir brauchen Amboss für was weiß ich nicht alles. Und... Wir haben jetzt glaube ich keinen lebenden Stahl mehr, ne? Den zu craften? Nein. Das wir erleben den Stahl produzieren. Ne, ähm. Zurück geht. Zurück geht es zu dem, was wir eigentlich machen wollen. Feuerwerksmodul. Blaus, rotes, blaus, grün. Blaus, grün. Ach da. Rotes, ne, das ist ein Raketenbündel. Große. Blaus, Feuerwerk. Oh, wir haben bloß das Rezept für blaues Feuerwerk. Ja, das ist ja... Hm. Das ist ja... Wow, eine Feuerwerksmodul. Wir haben echt Rezepte nicht. Woodflip. Rotes... Rotes Feuerwerk. Gucken wir das? Weltverkäufer. Ah, schisch. Klasse, klasse, klasse Hilfe hier. Grünes, auch Weltverkäufer. Oh, das heißt... Was sind hier diese Random-Händler, die das verkaufen? Oh, balls. Okay, na, dann halt nicht. Ähm. Was haben wir eigentlich für eine Quest da jetzt... Verwendet die Waffe, um sie zu... ...verliebieren. Feuer aus eigenen Reihen. Ähm, was haben wir hier noch? Den Reparaturmodus. Dafür brauchen wir noch vier Automatik-Hämmer. Na, die können wir aber bauen was. Fehlt uns dafür. Das heißt, wir brauchen 40 übergroße Sprengkapsel. Schnee, schnee. Sprengkapsel. Nicht 49. Wir wollen das hier exakt machen. Alles in der Gold und davon nochmal vier. Alle erstellen. Reparaturmodus. 110, Wahnsinn. So. Müssen wir hier wieder in Revis rufen. Hallo. Ähm, Reparaturmodus installieren. Okay, so. Dann müssen wir mal Revis rufen. Überbauen. 30 Sekunden abklingt. So. Ähm. Okay. Was haben wir denn jetzt hier? Also jetzt sollen wir hier... Ähm. Verwendet die Waffe, um sie selbst zu kalibrieren. Ähm. Hoffentlich sterben wir nicht. Okay. Verwundet die Waffe bei der Rede. Okay. Höhöhöh. Hallo. Hallo. Was zum Teufel. Aber es fühlt sich besser an. Wer schießt denn für Fände? Ja, ich würde sagen, ein Goblin-Engineur. Wohne, wir sind ja Gnome-Engineur. Hm? Oh. Das macht das natürlich nicht ungeschehen mit den Kindern. Aber, oh. Was war das? Hm? Ist das trotzdem Lust? Hm? Was? Wie oft müssen wir das denn noch machen? Oh. Ist ja doch ein bisschen nervig, die Quest. Kann das sein? Hey, ich bin's hier nochmal. Ich weiß nicht, was ihr da gerade gemacht habt, aber... Es gibt... Oh. Hallo. Hm. Danke für die Heilung. Ach, das mit dem Knockback fand ich doch viel lustiger. Ich weiß nicht, was ihr da gerade gemacht habt. Aber... Oh ne, das ist W-O-W. W-O-W-O-W. Dude. Ich habe hier ein paar Elfen glücklich. Gut, dass ihr die Vollstück in der Reimung könnt. Schade nur um die paar... Um die es ein paar Ziele, ja. Perfekt. Ja, ähm. Jetzt können wir auch die Heilkanone bauen. Ähm. Was ist denn? Platzpulververladung? Was ist das denn? Lügt innerhalb von 40 Metern... Oh. Was war das für ein Kron? Schicksal nicht. Reparier-Bandagen-Flässchen. Bei... Heilbert Wurfhammer in Dalaran. Oh, bei dem können wir Rang 2 kaufen. Hopp, jopp. Nope. 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 Äh, haben wir nicht. Los, los! Geil, geil, geil. Wir machen richtig Fortschritte hier bei NG. Äh, Arbeits... WeltQuest. Arbeitsaufrag. Ki. Hmm. Brauchen wir mal eine, wa? Und... Aschrotflinte des Teufels. es ist es übergeblieben da haben wir die reine die teuer waren niemals dafür gebraucht ich war das sind 7 g6 und teufels 12 86 82 92 21 2 also für das erz müssen wir dann auch noch ein erz kostet 30 ich bezahle in erz sich gekostet brauchen davon 40 und 106 auf doch keine sau dafür in die seien nein und wir müssen verkaufen für 100 g seit kein und wollt aber Ausgeschrieben, wie Glider heilen Dann Damit Heilt Heilt Nun Neu Hehehe Ähm, ok, gut Ähm, bum 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 Automatikhammer So, ne Bum 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 Ja, gut, dann machen wir mal weiter mit den Quests Ähm Ähm Bum 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 Den sollten wir auch nicht zu oft rufen, weil der geht ein bisschen in unser Tröfelsgedöns Matz rein Aus Schöne sein Sonst auch immer, die waren sonst immer grau, ne So, dann werden wir fix auch hier hin, gucken, was der da fabriziert hat Alter Schwede Wollt ihr etwas kaufen? Ähm, wir wollen Magere Haxen Magere Haxen Was er weiterentwickeln soll Schöne Rippchen wär höchst Davon haben wir nix Wann da irgendwie was forschen? Ne, ne Quatsch geht ja nicht Ähm Sagen Sagen Zum Rochenhafen nicht, ne Sollen wir reden, Speckwaren Heuke Dayboot Bandsticks Ja, dann machen wir halt magere Haxen Wie weit sind wir denn da? Ach, ist egal Ah Magere Haxe, okay Achso, siehst du, da ist das Naja, da brauchen wir noch einen Skillpunkt, ne Und den kriegt man bloß, äh Ja genau, über die Testküche Zack Die nächste Runde Achso, warte mal Bitte schaut euch meine Waren an Ähm Hm Jupp Ok, ja, ne, passt Haben wir alles Ähm Stampf, stampf, stampf Wenn wir mal unsere Matz Dann packen Wie geht's? Aus Obwohl, ich habe eh nichts zum zerlegen Also kannst du's ruhig Da Da reinlegen Einmal müssen wir da bloß einmal kommen Hatte ich das nicht schon mal und musste dann Verhört worden oder verbraucht worden bei dem Was machst du da eigentlich? Das war short, ne? Geht doch mal da so Geht doch mal da so Geht doch mal Geht doch mal Geht doch mal Geht doch mal So So, jetzt haben wir Zum Feind Weißt du das? Achso, das war... Ja, 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 genau Ähm Richtung So, ja, ja, alles klar Das ist Wir wollen Wir wollen Inji-Quest Wir wollen Wir wollen Inji-Quest Wir wollen Wir wollen Wir wollen Raketen Ok, dann müssen wir jetzt wieder nach Sturmhain Da ganz in Osnach Da können wir von hier fliegen Das ist ja So Hallo Schnuckbörr Kommt näher Aber das mit dem Mit der Snackbar Das ist ja Quatsch Das bringt ja überhaupt gar nichts Weil wenn das bloß Leben und so generiert Und ich meine Ruhe Vielseitigkeit Ach short Was soll ich mit Vielseitigkeit Verdammt, Reeves Ich bin geehrt Seid vorsichtig So Ähm Könnten ja mal Lass ich auf Ja mal Gucken Ähm Wie weit wir in der Questreihe sind Beim In- In- Ingenieur Database Profession Engineering Oh, irgendetwas richtig angebracht Hat einer zu doll gebraten Aaaaaaah Ritterum Forge Guides Haben wir einen Legion Guide Legion Legion Profession Legion Engineering Bam Ganz schön angebrannt Nicht schlimm angebrannt Also nicht Schlimm nicht essbar angebrannt Aber es riecht Ok Mh 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 Will die Questübersicht haben Ich- Oh ein Falls of Fail Welcome müssen da rein okay hier sind jetzt autohammerer haben wir repair mode haben wir fireworks haben wir es haben wir it's not rocket science wir sind jetzt in schritt moment in der zehnten quest den quest und danach sind noch 123 wir müssen jetzt hoffe dass es dort in einer küste koffe ist seine eigene gesundheit haben sie den echt ins spiel eingebaut eine hearthstone karte nach ww das sehe ich aber nicht so lockt sind cool ist denn hier der ist ja nicht cool aus er sieht cool aus der gladiator es tut mir leid aber ich muss ich leider töten möge der obere oder wix aus hätten sie noch was tronk machen sollen und wenn wir schon mal hier sind machen wir mal auch gleich die welt haben die an die herren gebaut oder es verbaut oder haben die das hier erobert von jemand der hier gewohnt hat es tut mir so leid merlix wird sehr gerne euer freund wir haben quali erschlagen ernsthaft weh Locks! Rappen! Hallo, ihr Pyre! Ich komme auch immer zu zweit noch. Ich weiß auch nicht. Man muss doch nicht so auf seinen Partner klicken, dass man alles... ...krieg ich nicht so ganz nahe vollziehen hat. Wer bin ich denn? Aber wenn es deren Gathered-Zeit ist, dann soll ich es ihnen verziehen! Ich glaube, der Dings ging gerade ins Leere. Der Sternensug. Oh, ihr lieben Murlocs! Ihr tut mir so leid! Ihr tut mir sowas von leid! Was war im Ehren los, ne? Aber ganz ehrlich, das ist doch mal eine Evolution der Murlocs, wenn ihr hier so mit Rüstung und Waffen und Invasionen... Das hast du ja nicht gesehen. So, gut gemacht. Ich erinnere mich noch an den Namensgeber dieses Autos. Er war ein guter Anführer. Moorheim. Hier drin. Moorheim Vorfahrer. Hallo! Oh! Was machen wir denn auch mal noch gleich? Oh! Oh! Können wir den dahinter treffen, ohne dass sie werden? Nein. Dazu ne geringe Reichweite. Man kann ja auch ne Fackel nicht 20 Meter erhärten. Jesus Christ. Jesus! Bei Magnis Bart! Ähm. Na gut, dann muss ich noch waschen. Ein ok mal. Oh ne, wie die aussehen! So knuffig! Voll voller Totenschädel aufm Umschild, ey! Ja gut, das ist von den Quali... Oh, der hat sein Schild verloren! Ja cool! Oh. Oh. I'm so sorry. So misstall. Murloc. Die knuffigen Murlocs. Nur vielleicht nicht, aber... Das ist schon schade. Was macht ihr denn da? Brennender, ja. Ich würde vielleicht ins Wasser springen oder so. Kann helfen. Muss aber nicht. Was? Kann die eben Stealth werfen? WTF? Da stimmt doch was nicht. Mal wie ein Disconnect oder? What? Wir können hier im Stealth werfen? WTF? Imber. Imber-ziös. Da hätten wir doch gar keine Murlocs töten. Champion von Moorheim. Das war ein... ein Titanen-Konstrukt. Ein Titanen-Konstrukt. So, und da haben wir es jetzt in der Folge nicht mehr geschafft. Obwohl, das schaffen wir noch nicht. Wir hin. Hello. What? Habt ihr hier geholfen? Was? Was soll? Was soll? Ihr wollt wohl sterben. Verrack, voll! Elendes Schwein! Uginio Gior. Raus damit! Ich verfütter euch an die Hunde! Ich esse euer Herd! Und tränke euer Pilut! ich wollte das ja noch aufnehmen verdammt ja flindlocker jedes mal und rücken was macht ihr hier oder dazu ich brauche hilfe aber nicht da ihr euch schon hier begeben habt auch eine hilfe nicht aber da ich schnell begeben habe wenn wo ich zusammen etwas aufregung sagen überzeugungsarbeiten ja alle wollen dass ich diese glas schmuckstücke von dem murlocs ein sammler aber die verdammten biester wollen sie nicht raus auch verdammt ich habe für erst auf die jamseltour versucht aber spreche ihre sprache nicht also war ich gezwungen auf sie zu schießen keine 500 meter weiter ist zur murgleton der kann ich könnte ja noch ein paar von ihm schon abzunehmen er mit dem muscheln ich weiß dass der alte hobart will dass ich hier unten wertvoll ein sammel aber auch meine eigenen pläne erwartet dass die murlocs so interessant aussehende muscheln haben ich perfekt für meine neuen spieldosen auf eignen würden ich gehe voran geht ihr voran ich freue euch auf dem ok gut aber das machen wir diese folge ich mal dacht erst mal dankeschön für zuschauen bis zum nächsten Mal goodbye